. Hopp! Philipp! Also, du ziehst die Pizza. Ja, nicht ganz, aber fast bis drüber zu. Ich muss noch mal nachschaffen. Ich brauch jetzt mal Geld, dass wir mal auf ein gescheiter, einigermaßen gescheiter Fuhrpark kommen. Das geht nicht. Du musst auch mal ein Tal durchstellen. Du bist nur im Tal. Ich will aber auch nicht warten bis 40. Das sagt er gleich. Dieses Jahr muss wirklich der Grundbaustand gesetzt werden. Dieses Jahr. Das tut immer, wie wenn ich ihm alles wegnehmen will oder so. Wer? Ah, der Vater. Ich will doch auch ein Bestes. Du kannst ja auch aufhören. Das ist das Einfachste. Also, den Hofumtreib traue ich dir auf jeden Fall zu. Und wenn du nebenher noch schaffen willst, dann weiss ich nicht, wie du es anstellt hast. Es ist dein Dickkopf durchgesetzt. Und nie wieder hinter gegangen. Bis in zwei Monaten muss das Ding gerichtet sein, weil dann kommen sie. Ja. Und wenn es dann nicht gerichtet ist, noch gute Nacht um 6 Uhr. Ich sag immer, die Ente ist das beste Tier zum Beispiel. Die kann fliegen, schwimmen, tauchen und laufen. Die kann alles. Aber halt auch nicht so wirklich gut. Also, ich denk nicht wieder heiraten. Ah, ich denk ihn wieder rumbringen. Ich mach's jetzt, glaub ich, echt im Alleingang. Und sag scheiß auf die Welt. Ich hab meine Idee. So wie Frank Sinatra es gesagt hat. I did it my way. Auf meine Weise. Fertig.